Willkommen bei MayasTV. Heute eine Folge mit Monster Truck. Für mich ein neues Spiel wie alle anderen Spiele auch, die ich dann immer starte ohne vorher mal auszuprobieren und dann frage ich mich wieder wie die Handhabung funktioniert. Aber ich werde mich ja gleich doof anstellen. Ihr werdet das Spiel Monster Truck quasi mal kennenlernen und dann könnt ihr mal entscheiden ob ihr jetzt was selber spielen wollt oder nicht selber spielen wollt. Nur dass ihr mal gesehen habt wie es überhaupt aussieht und so weiter. Dann wollen wir aber auch langsam mal starten. Also wenn ich jetzt zurückgehe. Ich gehe erstmal hier drauf. Multiplayer funktioniert also könnte man. Das geht auch. Okay, dann gibt es Garage, Management und Training. Ich gehe gleich zum Event hoch, weil das ist eben das Größte. Gut, man muss sich die quasi freischalten. Dann wollen wir mal starten. Mal gucken wie lange die Ladezeit ist, ob die in Ordnung ist. Wow, die ging aber schnell. Also das Kopfhintergrund ist ganz schön laut. Okay, mit T kann ich weitermachen und hiermit starte ich quasi. Okay, dann werde ich jetzt mal starten. Okay. Aus der Garage raus, nicht aus der Rennstrecke. Ich bin mal gespannt. Mit der Pfeiltasten nach unten. Ah, ich habe sogar die richtigen gefunden. Das ist schon mal ganz gut. Also mit dem Pfeiltasten. Wie das alte GTA, äh, Need for Speed. Na? Machst du mal? Hier bleibt ja fast die Stimme weg. Oh, das Handling ist aber beschissen. Ich drücke nur leicht und das Ding spinnt hier. Meine Güte. Also das Handling ist nicht gerade das Beste. Um ehrlich zu sein. Mal gucken, ob es da einen Trick gibt. Kann man ja mal ausprobieren. Da muss ich erst mal auf T weiter gehen. Ähm. Gut, weiter. Mal gucken. Okay. Okay, jetzt geht's da noch weiter. Ach ja, wieder mit T. Das Mikro ist bloß bei meiner Nase. Deswegen sehe ich das immer nicht. Start. Und. Hättchen. Krass. Das macht irgendwie, das macht irgendwie Spaß. Ey, wirklich. Dieses Auto ist manchmal. Geil. Das geht. So, dann geh ich jetzt mal hier rüber. Oh, schaut mal, da ist eine unsichtbare Mauer. Ähm. Mal gucken. Gibt's denn noch irgendwelche Sachen, wo man rauf kann? Boah, das Ding übersteuert ja. Jo, dann werde ich mal. Ich kann mich nicht aufstellen. Das ist natürlich doof. Kann ich jetzt irgendwie mal... Ja, Reset. Dankeschön. Und wir sind aus der Zeit. Ah. T. T. T, ja. Komm, mach mal hin, ne? Wo ist meine Maus? Ich geh nochmal drauf hier. Start Event. Mal gucken, was mich jetzt erwartet. Oh, jetzt kommt eine Rennstrecke. Auf jeden Fall, das Handling mit dem Auto ist ziemlich schwierig. Ihr müsst euch vorstellen, dass damals das erste Need for Speed einmal kurz nur die Taste angeschaut und der Ding hat sich sofort im Kreis gedreht. Das war nicht angenehm und so ist ungefähr das Handling hier. Da muss man wahrscheinlich wirklich sehr stark mit Fingerspitzengefühl ran. Ich mach nur ganz leicht. Unser Ding übersteuert gleich hier. Da muss man echt immer gegenlenken. Wenn ich gerade lenken will, funktioniert das nicht. Das ist irgendwie... Also, es macht schon Spaß, das Spiel. Aber irgendwie... Aber was soll ich sagen, ist das natürlich ein bisschen doof, wenn sich das hier nicht dreht. Lass ich den mal ein bisschen aus hier stauben, weil sonst sehe ich mich nicht mehr hier. Also Monster Truck ist schon in Ordnung. Aber diese Übersetzung beim Fahren ist, ich sag jetzt mal, für den Arsch. Ich drücke schon gar nicht mehr drauf in der dretlichen Kreis. Um ehrlich zu sein. Ich drücke ganz leicht. Ich habe eine Sekunde drauf gedrückt in der dretlichen Kreis. Also, das Spiel ist in Ordnung. Aber die Entwickler haben hier mächtig mit dem Handling Scheiße gebaut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also hier zu gewinnen, das ist ein Kunstwerk. Das ist es selber. Red Bull, schaut euch mal den Bullen an. Dann machen wir mal eine kleine... Schau mal, da werden die Autos gewartet. Ich bin sowieso der Letzte. Cool, schaut mal die Gäste... Ey, die Zuschauer bewegen sich sogar. Schaut mal den Leuten zu hier. Ich habe die Besucher schon verloren, deswegen ist mir gerade scheißegal. Für mich selbstmörder ist ein Luftballon da. Können Sie in die Luft gehen und hochfliegen und dann runterspringen. Warum nicht? Ist ja auch eine unsichtbare Mauer. Ja, schau mal, unsichtbare Mauer. Oh, schon... Mensch, ich muss hier gerade richtig pervers gegendrücken, damit das Ding nicht in die Kurve fliegt. Ist dann jetzt hin und weg der Sache, dass ich auf die Tastatur kloppen muss, damit das mal gegenlenkt. Wenn ich hier in die Kurve gehe, hier, ganz kurz, jetzt lenkt er gerade. Aber wenn ich schnell fahre in die Kurve, dann dreht sich das Rad hier nicht zurück. Wenn ich aber gegenlenke, macht er nichts. Ich kannte das Problem bei meinem alten Kea Klarus, wo der Schweller im Arsch war. Wo ich dann quasi gelenkt habe und die Lenkung ging nicht. Ich bin, ja, auf dem Entschleunigungsstreifen von der Autobahn auf die Landstraße. In der Kurve gerade ausgefahren, habe ich einen Zentimeter von der Leitplanke gehalten. Zum Beispiel. Und so fühlt sich das hier an. Wie ein kaputtes Auto. Also wie ein kaputtes Fahrwerk fühlt sich das hier an. Also es ist nicht realistisch. Überhaupt nicht. So. Das war es bei mir mit dem Spiel Monster Truck. Es macht Spaß zu spielen. Aber das Handling ist okay. Ist super. Aber die Übersetzung vom Handling zum Auto, also zur Fahrstrecke, ist sowas für ein Arsch. Ich, ja, na dann, viel Spaß euch noch. Schaut euch auch die anderen Folgen an. Ich habe ja mehr als genug drauf. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. sobre allerações. So. 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 So.